Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Maik und wir spielen noch immer Outlast. Auf der letzten Pause habe ich mal ein bisschen geschaut, wie die Videos werden. Und ja, war schon in Ordnung so. Der Ton, den habe ich ein bisschen raufgedreht und ich habe in der Mitte, da war so ein kleiner Punkt, die Zielhilfe ausgeschaut. Und unser Titel habe ich dazu gegeben. Ah ja, seht's, was muss man eben wissen, wenn man, dass man eben dann nicht, weiß ich nicht, drei Stunden aufnimmt und dann ist alles versaut oder so. So, wo waren wir? Wir müssen da vorne raus. Da sitzt noch immer einer. Hallo? Hi. Chilliger Mann. Gut, was haben wir da? Oh, ups. Was war noch mehr? Ach so, F war das, genau. Was ist da? Oh, da kann man rein. Was ist da? Hallo? Oh, was haben wir denn da? Kann man das, das ist ein Funkgerät, oder? Kann man das nicht aufheben? Hallo? Kann man das aufheben? Ah, schade. Ich drücke aber auf N, weil ich das an andere Spiele gewohnt bin. Night Vision. Weil das dafür wichtiger ist, als ein anderer Ego-Shooter oder sonstiges. Ja, ja. Okay. Hallo, Bosch. Ich mag dich nicht, Bosch. Gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Oder? Die hier, was ist da? Nee. Okay. Oh, da haben wir Dokumente. Ich glaube, ich muss durchlesen. Achso. Das war auf J. Genau. Wir, wer es jetzt durchlesen will. Ich muss ein bisschen ein Satz und... aufgrund seiner enormen körpergröße angepasst ja dies ist ja ganz toll mentalen traum traumata aber war aufgaben ist dann toll ok weiter gehts du freundlich friendly Wieso? Wieso? Das muss ich jetzt schon wieder aufhören. Ich rette dich nicht. Das bedeutet nichts, oder? Hallo? Geht's dir gut? YouTube! Ach du Scheiße. Mann, du schaust echt kacke aus. Was? Wieso sitzen da so Typen rum? Oh ja, die Sendung keine, die ist gut. Scheiße, da sitzen mehr. Da lebt ja eh schon fast die Musik dazu. Okay. Okay. Das geht nur so ab. Ups. Am besten gar nicht die Nachtsicht ausschalten bei der Kamera. So, das ist, glaube ich, der Trick dabei. Oh, da haben wir die Schlüsselkarten! Yeah baby! Wer damit. Ähm. Was ist nix? Keine Batterie oder sonstiges da? Was ist da? Was ist da? Ein Brückengembelde! Hm. Ansonsten? Das schaut aber schlecht aus da, oder? Da liegt auch nix? Nee. Gut, dann... Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Ihr hört euch eh noch an ihm? Einmal nicht. Er ist ja zu hypnotisiert von dem... ...entgeilen Fernseher da. Das ist ja das geilste. Neu moderne Fernseher, aber... Okay, wtf, was geht da jetzt ab? Was ist das da? Seht sie das auch grad? Okay, das ist echt creepy. Das ist ja nur mehr. Ey, jetzt sieht man ja was da drinnen da. Alter Schwede! Okay. Was ist da eh keiner? Ne. Okay. Wieder zurück mit der Keycard, ja. Ah, fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Okay, mach, 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 mach! Ach du Scheiße! Oh! Oh Gott, Leute! Oh Scheiße! Oh! Oh Gott! Oh Gott! wieder raus sind wieder raus ist da irgendwer was war also tür schließen ja wie ähnlich aus vorne das ist ja bitte steht du nicht nur auf schnell zum sicherheitscheck oder sicherheitsraum war okay okay ich glaube den kennen wir auf den letzten mescher schreck bin jetzt er ist ein mutant oder irre oder whatever oder welche was ist okay das funktioniert bist du schon tot oder natürlich sofort zu machen da sie lügen okay das ist nicht gut in die lügen wo man das eigentlich ziemlich wurscht ist was die sagen ob sie sie töten mir nicht ja sie grüße ist ein sehr gut gott gott what the fuck ich stecke dich im schrank okay versuch nicht zu kämpfen wie denn er kann ja gar nicht das ist so viel creepy was zu höhle ist denn das jetzt geht doch endlich weg ich will nur nicht rauskommen ich will nur nicht er ist nur da draußen vorbei hallo okay er ist weg ach du kacke gut da waren wir letztes mal aber ich bin mir nicht sicher ob da nicht wieder hat ach du scheiße wieso ist die die es vergangen die ob ich nicht so gemacht okay ich bin grad maximal ist angespannt das muss man so kommen wir irgendwo meine schätze mehr 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 kamera spaktrum okay ich geh mir da runter ins licht obwohl es nicht gut ist weil das nicht mehr jeder die tür ist offen ich glaube ich muss da runter entweder haben wir vorher was überlesen oder aber nachdem er das ganze licht ausgemacht hat wird das irgendwo da im keller sein oder das letzte mal wo ich mich da durchzwängt habe bin ja ziemlich erschreckt worden und so worte sind natürlich jedes mal erschreckt mich du allmächtiger schrecker aus der schreck fabrik ist post post-hypnose vergangenen Ah, ok. Ach du kacke. Ja, das ist natürlich super geil. No one? Ja. Was soll ich denn da machen? Sollte ich bei Ihnen den Gaspunkt meinen und bitte den Hauptschalter nicht geredet. Er hat da noch zu starten. Ok. Da hängt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, können wir da rein? Oh, was ist das? Oh, das muss ich betätigen Da ist einer! Scheiße! Verstecken! 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 Ich höre seine Schritte Mein Charakter otmet auch schon so laut Scheiße, der durchsüchtig bin der Ist der jetzt weg? Oder wird der wahrscheinlich sofort wird ich rauskommen Oh, da ist er! Mal Batterien wechseln Oh scheiße, der kommt da rein! Nein, 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 nein Oh scheiße, 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 nein Was ist das? Aber ich glaube, das ist noch gar nicht so ein Mutantenteil Ich glaube eher, dass es irgendein Wahnsinniger ist, nicht da Ich glaube, er ist wieder weg Okay Was zur Hölle ist das? Scheiße Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Ich bin innen Schuße, scheiße Oh, fuck Oh, du Penner Oh, scheiße, du bist wieder zurück, du bist wieder zurück Oh, scheiße, voll schön